Die Mobiliar-Arena in Gümmligen, der Treffpunkt für Sport und Veranstaltungen. Diese einzigartige Lokalität ist die Homebase des BSV Bern. In dieser dynamischen Atmosphäre ist auch der Bärenclub zu Hause. Der Bärenclub wurde 2001 gegründet mit dem Ziel, Wirtschaft, Politik und Sport zu vernetzen, wie auch den Berner Spitzenhandball zu fördern und zu unterstützen. Der Bärenclub ist eine ideale Plattform, die man mit den verschiedensten Leuten, die zusammentreffen, sich aber nicht nur über den Handball austauschen kann, sondern auch über alle anderen Sachen, die uns im Leben bewegt. Mit über 200 Mitgliedern, Tendenz steigend, geniesst der Bärenclub in der Region Bern den Ruf eines exklusiven Sportservice-Clubs. Der Bärenclub ist ein hochwertiges Netzwerk. Es hat sehr viele spannende, gute Leute drinnen. Man hat sich sofort mit dem Vornamen an. Es sind Unternehmer und sie sind sportbegeistert. Sie unterstützen eine gute Sache. Das Herzstück, die Valiant Bärenclub Lounge. Der Treffpunkt der Bärenclub-Mitglieder während der Heimspiele des BSV Bern. Dank einem grosszügigen Essensbereich für bis zu 140 Personen und einer 8 Meter langen Bar, ist die Lounge die ideale Plattform für einen schönen Abend unter Geschäftskunden und Freunden. Man kann hier die Tische reservieren, man kann vorher essen, also vor dem Spiel. Und das finde ich wirklich sehr sympathisch. Wie würden die Gäste den Bärenclub beschreiben? Der Bärenclub ist echt eine wunderbare Plattform, um Unternehmerinnen und Unternehmer zu treffen und über Projekte und Herausforderungen zu diskutieren und zu fachsimplen. Der Bärenclub ist natürlich ein ganz wichtiges Fundament. Nicht nur finanziell, sondern sicher auch mental und moralisch. Das sind alles gut situierte Leute, die auch bereit sind, Geld zu investieren, damit der Klub eben in der vorderen Hälfte oder besser gesagt in den besten vier oder vielleicht sogar in einem Play-Off-Final mitspielen kann. Eine riesige Institution, ganz, ganz wichtig für den Verein, ganz, ganz wichtig hier für die Region, dass es den Bärenclub gibt. Sehr fein, pfeifen sie immer sehr vielseitig, interessant, sie finden alle etwas Gutes, es ist abwechslungsfrei und auch im Preis. Und wir würden sehr gerne hierher essen. Und wer steht hinter den kulinarischen Höhensflügen? Wir sind der Hauskaterer, aber der BSV ist viel, viel mehr. Der Bärenclub ist das beste Business-Netzwerk. Der BSV ist eine grossartige Mannschaft. Und was sie für einen Jugendsport machen, ist ebenfalls grossartig. Und wir sind gerne mit ihnen dabei. Der Bärenclub organisiert pro Saison zahlreiche Top-Anlässe. Hochkarätige Referenten informieren über wirtschaftliche Themen, verschaffen medizinische Einblicke oder lassen beim BSV Bären hinter die Kulissen schauen. Hohe Besucherzahlen dieser Anlässe sprechen für sich. Der Bärenclub ist eine Vernetzung von Bärener Wirtschaft, von Top-Firmen und eine sehr gute Plattform für jede KMU vom Kanton Bären. Wir sind Mitglied vom Bärenclub, weil wir unser Unternehmen noch nicht so gut kennen. Wir haben vor allem die Erwartung, dass wir die Marken besser präsentieren können und dass wir unser Netzwerk ausbauen können. Und am Schluss neue Kunden finden. Der Bärenclub hat aber noch mehr zu bieten. Eine VIP-Saisonkarte des BSV Bären und Gästetickets. So können Mitglieder ihren Kunden, Geschäftsfreunden oder Familienangehörigen die Faszination des Handballs näher bringen. Der Bärenclub ist natürlich, kann man sagen, eine Art Serviceclub, der die Wirtschaft mit dem Sport verbindet. Martin Rubin hat natürlich den Ruf, dass er sehr gut junge Spieler fördern kann. Und wir haben jetzt diverse Spieler, die nach Bären gekommen sind. Also nicht eigene, auch solche von anderen Clubs, die jetzt nach Bären kommen, weil sie von diesem Ruf profitieren wollen, den Rubin hat, dass eben dort den Schweizer Nachwuchs hochbringt. Ich denke, das ist so ein bisschen die Lebensadere des Vereins. Ohne ihn gäbe es wahrscheinlich den Vereins nicht. Für den BSV ist es ein ganz, ganz wichtiges Gefäß, das eigentlich da ist und auch für den Handball lebt, aber trotzdem nicht nur Handball ist. Also ich finde es eine sehr spannende Mischung, die der Bärenclub darstellt. Der Bärenclub ist für mich wirklich sehr schnell, sehr innovativ, aber auch die Gemütlichkeit, die man hat an den Anlässe. Ich mache mit für eine gute Sache für den BSV Bern. Die Jugend braucht dich. Wann werden Sie Bärenclub-Mitglied?